So, das ist ein Zufallsfund, Lost Place, den habe ich jetzt gerade von der Hauptstraße gesehen, das werde ich mir jetzt mal anschauen und dann schauen wir mal, was bei uns kommt. So, das ist jetzt improvisiert mit Handycam, aber was anderes habe ich gerade nicht zur Hand. Vorsicht, Rocky! Sitz und bleib! Zu viele Scherben hier. So, das war mal die Küche, mit der reingestürzten Decke, gut, das sah man ja schon von außen. Genau, und genau deswegen habe ich bei solchen Plätzen Handschuhe und immer den Helm an. Einfach sicher ist sicher, man weiß nie. Dann haben wir das Badezimmer. So, die andere Seite der Küche. Da ging es mal raus, aber da ist auch alles eingestürzt, respektive überwuchert. War wahrscheinlich mal Stalleinheit oder so dahinter. Und da ging es mal ins oberen Stockwerk, aber das können wir uns ersparen, weil da gibt es kein Durchkommen. So sieht das von außen aus. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich da mit der Drohne einen schönen Überflug hinbekomme. So sieht das von außen aus. Vielen Dank.